Das zeigt, bis heute solltest du gelehrt werden, ich sollte gelehrt werden, alle Gebote, die Jesus, den Apostel, gegeben hat, auch zu tun. Eben auch, unter anderem, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Ich war lange Pastor, sieben Jahre, und ich war vorher auch schon länger gläubig, und ich habe keine Krankenheilung gesehen, wie gesagt, auch keine Dämonen austreiben. Warum? Einerseits, weil ich nicht geglaubt habe, oder nicht sicher war, dass Gott das durch mich tun will, aber andererseits auch, weil ich nicht verstanden habe, dass es ein Gelehrtwerden ist. Ich soll gelehrt werden, Kranke zu heilen. Ich soll gelehrt werden, Dämonen auszutreiben. Ja, wie? Wie hat Jesus seine Jünger gelehrt? Er hat ihnen gesagt, kommt, folgt mir nach, ich zeige euch, wie es geht. Kranke zu heilen, so wie es Jesus getan hat, funktioniert so durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir aus Liebe und aus Barmherzigkeit Menschen die Hände auflegen, wie Jesus das getan hat, um Krankheiten befehlen zu gehen, wie es Jesus getan hat. Nicht nur zu beten, Vater, wenn es dein Wille ist, dann heile du. Das ist nicht Kranke heilen, sondern es ist das zu tun, was Jesus getan hat. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, heilt die Kranken. Mit anderem Wort, heilt, wie ich es tue. Ihr seid meine Jünger, ich bin euer Meister, ich zeige euch, wie es geht. Und ich musste das zuerst lernen. Ich habe gemerkt, ich habe nicht so gebetet, ich habe nicht so für Kranke gebetet, wie das Jesus getan hat. Und erst als ich es getan habe, so wie es Jesus getan hat, habe ich gesehen, wie Jesus geheilt hat. Und das ist auch ein Schlüssel natürlich, um dann diese Geistesgaben zu erleben. Aber nochmals.